Bei der Macht von Greyskull, ich habe die Zauberkraft! Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Was gibt es wieder Neues im Merchandise-Universum unserer Helden von Eternia? Diese Frage werde ich euch gleich beantworten, es sei, ihr habt jetzt nicht so auf Thumbnail geachtet und habt einfach mal angeklickt, aber da gehe ich mal nicht von aus, ihr habt es ja schon gelesen, worum es geht. Komm, wir machen es kurz, es geht gleich um Hordak aus der Turtles of Greyskull Toyline. Dazu komme ich aber gleich und vorher möchte ich noch etwas sagen. Gestern wurde ja bekannt, dass es jetzt schon die ersten Produktfotos gibt und zwar vom Origins Modolog. Ja, Origins Modolog, es war ja schon angekündigt, ja jetzt sieht man zum ersten Mal Bilder, wie Modolog als Origins-Version aussehen soll und man muss sagen, grandios. Angefangen von der Verpackung, die sich natürlich sehr stark am Original von damals orientiert, mit den ganz schönen Skizzen drauf, wie man Modolog verändern kann. Das ist ja dieses zweiköpfige Monster, konnte man als Kind, und das kann man jetzt auch wieder schön, in verschiedenen Varianten kann man ihn umgestalten. Also für Leute, die gerne Lego mögen, mögen auch ihn. Ja, also ich mag eigentlich kein Lego, aber ich mag trotzdem Modolog, ja. Er wurde schon gelistet auf einer Amazon-Seite in Kanada und es soll ein Amazon-Exklusiv sein. Hm, da gibt es zwei Fragen. Erstens, es wurde ja mal von Mattel bekannt gegeben, dass alle klassischen Varianten der Origins, ja, sollen ja, also die Vintage-Varianten, sollen ja bei Mattel Creations veröffentlicht werden, warum jetzt Amazon, Fragezeichen, oder macht Amazon noch separat zu Mattel Creations diese Sachen? Wenn es mal bei Mattel Creations erscheinen soll, kann ich mir vorstellen, der würde sehr schnell ausverkauft sein, aber es soll, wie gesagt, ersten Informationen ein Exklusiv von Amazon sein. Bin mal gespannt, wann er verfügbar ist. Und die zweite Frage, die mich da so umhertreibt, in der Beschreibung steht, man liest es hier, ja, hat sich vielleicht Amazon vertan, man weiß es nicht, es soll eine Cartoon-Collection-Variante sein. Aber er sieht ja nicht unbedingt aus wie eine Cartoon-Collection. Kann natürlich da sein, dass sich Amazon verhauen hat. Ist ja auch da nicht ganz unnormal. Da ist, da bleiben wir gespannt, ja, es gibt noch keinen Preis dafür, es gibt noch keine VÖ, also keine Veröffentlichungsdatum. Aber ich muss sagen, Gratulation Mattel, wenn er wirklich so aussieht, wie er aussieht auf diesen Produktfotos, und Produktfotos können sich ja immer ein bisschen abweichen, ja, das sind immer so Prototypen, die da wahrscheinlich da präsentiert werden, das haben wir ja schon öfter mal gehabt, dann ist das Chapeau, da freue ich mich drauf, ja. Modulog, wie geil, ja, das mal nur am Rande. Vielleicht weiß ich ja schon mehr, wenn ich vermute mal, diese Woche kommt auch eine neue Giganten-Das-Fan-Magazin-Ausgabe erscheint denn hier auf meinem Kanal, und dann sage ich euch die ganzen Neuigkeiten, auch Modulog wird natürlich das Thema sein, was vielleicht Näheres mit Modulog gibt. Vielleicht kann ich schon die eine oder andere Frage beantworten. So, das war es nun zum Thema Origins und Modulog. Wir bleiben aber auch bei der wilden Horde, denn die Turtles of Greyskull, und da bin ich auch wieder eingeknickt, das habe ich euch auch beim letzten Video gesagt, wo ich den Steels Ninja He-Man ausgepackt habe. Da habe ich ja schon Hordak gesehen, hinten auf der Produktankündigung, ja, als Artwork. Und, ähm, ja, da habe ich ja schon gesagt, es könnte sein, wenn ich vor ihm stehe, dass ich ihn hole. Dann hatte ich vor ein paar Tagen ein Video gesehen bei meinem lieben Kollegen, bei meinem lieben YouTube-Kollegen, Retro Stardas, damit liebe Grüße zu dir, Henkiel, dass er ihn ausgepackt hatte. Das Video habe ich mir angeguckt und muss sagen, Hordak hat mir da auch wirklich gut gefallen. Und, ähm, ja, das Gesicht, da, okay, Gesicht, auch wenn er ein bisschen Filmation anteilig ist, ist das Gesicht, hm, eigentlich finde ich blöd, aber auch wieder geil. Das ist so ein Ding, ich kann mich da nicht entscheiden. Auf alle Fälle fand ich das Unboxing sehr interessant und, ähm, habe für mich selber eine reine Kaufempfehlung ausgesprochen. Ich habe gesagt, wenn ich beim nächsten Mal bei Smith bin, hole ich mir die Figur. Und auch, klar, äh, der ist halt, wie ich schon sagte, Filmation-lastig, aber auch eine coole Rüstung, ja, ähm, auch die Verpackung, natürlich alles stimmig, wie man es halt so kennt. Da muss man ja nicht viel sagen. Da hat sich ja auch nicht viel verändert bei der Verpackung. Und auf der Rückseite auch das Artwork, ja, ja, Artwork ist richtig toll. Da kämpft gerade Hordak gegen, äh, Splinter, ja, King Greyskull so gesehen, gegen, äh, den Anführer der wilden Horde, der natürlich hier, man sieht es ja, mit diesem Oath angesteckt ist, ne, da sieht man ja unten, da sieht er auf dieser radioaktiven Plattform, wo er sein Füßchen hat. Und er hat als, äh, als Zubehör hat er diese, ja, dieses grüne Geschoss mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie hängt man das? Ist das hier? Auf jeden Fall, was ein Schuss ist mit dabei. Ein Schuss, kein Schuss Cognac, nein, ein Schuss. Und, ähm, ja, es gibt ja noch weitere Figuren, sieht man ja, aber die faszinieren mich nicht unbedingt, sondern Hordak und Steel's Ninja He-Man. Die waren meine Highlights in dieser Wave. Ähm, ich überlege ja immer noch Skeletor zu holen. Na, mach dir mal ab. Es gibt ja nächste Woche neues Geld. Oder diese Woche eigentlich. Diese Woche gibt's ja neues Geld. Und da bin ich, und der ist jetzt noch nicht so, der kostet zu 20 Euro bei Smith. Wenn er noch ein bisschen senken sollte Preis, da bin ich sehr geneigt, ihn zu holen. Ja, wir wollen ihn mal einfach mal auspacken. Ja, diese Figur. Und auch, ich weiß jetzt schon, das war ja auch beim Ninja, ähm, nee, beim Steel's Ninja He-Man war es ja so, er hatte ein Comic mit dabei, was diesmal auch Sprechblasen hatte. Und hier wird's auch so sein, ne? Moment. Das hab ich schon kaputt gemacht. Egal. Ja, das haben wir ja, das Comic kennen wir ja. Und er hat, was natürlich eigentlich untypisch ist für Mattel und die New Origins hier in Europa, weil natürlich auch hier Hordak kommt auf einer europäischen Karte hat er hier Comic-Sprechblasen. Finde ich toll, sollten Sie jetzt auch so beibehalten. Früher waren es sogar, äh, bei den Vintage-Comics, waren ja manchmal vier Sprachen mit drin, ja? Das sollten Sie mal wieder einführen. Ja, das zum einen, da hat sich nichts geändert, denn der Zubehör hat Hordak. Natürlich, da müssen wir gleich auch wieder ein bisschen basteln, ein bisschen klicken, ja? So, äh, Fledermausflügel. Und das finde ich richtig cool. Also das war ja, wo die Figur mich sofort bei dieser Review vom Kiel, dem's Retro-Star das, sofort eingekauft hat. So, finde ich herrlich. Hordak geht ja immer. Hordak ist auch schon, ich finde den Hordak auch cool. Hier, wie gesagt, der Kiel, der reißt die Verpackungen immer so auf. Ne? Das tut mir in dem Herzen weh. Ich habe es auch zwei-, dreimal gemacht. Aber nicht so brutal wie du, Kiel. Kiel, das geht nicht so. Falls Kiel dieses Video nicht sieht, bestellt ihr mal schöne Grüße von mir. Ich habe ihn hier im Video erwähnt, ja, dass ich entsetzt bin, wie er Verpackungen aufmacht. So, hier ist dieses Geschoss, ja, auch eine sehr schöne Farbe, dieses Gelb-Grünliche. Da merkt man schon, das ist radioaktiv. Und damit wir das irgendwie wieder schonend aufmachen, und er hat wieder diese Gummistrapse mit dabei, werden wir natürlich hier ihn zärtlich sezieren. Der ehemalige Lehrmeister von Hordak wird jetzt hier feierlich befreit. Nächstes Jahr feiert ja She-Ra. Die Serie feiert ja 40 Jahre nach der Premiere der Toys, ja, und da gibt es ja wirklich sehr viele Ankündigungen. Auch da, wie gesagt, Modulog als Origins-Version. Die haben so ein herrliches 40-Jahre-Logo oben als Hologramm bei jeweils jeder Figur. Und die ersten Figuren werden sehr zeitnah erscheinen, auch aus der Cartoon-Collection, wie Ram-Man, Mantena, ja, die werden zeitnah, werden sie veröffentlicht. Ich vermute mal, November kommen die ersten, obwohl sie eigentlich, wie kennt man Mattel, die sollten eigentlich nächstes Jahr erst erscheinen. Aber Mattel mit Veröffentlichung, ihr wisst es ja, die veröffentlichen, wann sie Bock haben, ja, so, Moment. Das muss sein. Das muss sein. Jetzt gucke ich mir, nachdem ich natürlich das Skalpell wieder sachgerecht, wieder verschlossen habe, damit sich hier keiner verletzt. Also, nicht, dass jetzt hier irgendwo eine Masters-Figur immer auf meinen Tisch rumkrabbelt, wenn ich nicht da bin und mit dem Messer spielt. Nein, es könnte Ludwig sein. Wie ihr seht, ich habe eine Erleuchtung, ja, die Sonne scheint und das ist sehr schön, ja, im Herbst, wenn die Sonne scheint. Das tut eigentlich einen richtig gut. Jetzt gucken wir uns mal Hordak an, ja, den Stand, so müssen wir machen, er hat natürlich einen 1A Stand, gerade noch der Gestalt, Moment. Moment, Hordak, warum stehst du jetzt? Ich was da gerade gestanden. Ja, so. Hä? Meine Kinder, warum stehst du da nicht zur Kamera, aber mit dem Rücken zur Kamera stehst du? Das ist das Geheimnis der Schwerkraft. Jetzt sehe ich mir ein bisschen aus wie so ein Marmorkuchen, ein bisschen so vom Licht her. Seht ihr das? Da, guck mal, da ist voll die Beleuchtung, da sieht ja total hell aus. Da sehe ich ja, da habe ich ja die Gesichtsfarbe hier vom Hordak. 1 zu 1. Naja, er steht jetzt gerade. So, komm, jetzt steh. Sei nicht so genannt. Er möchte hier nicht stehen. So, jetzt. Das geht da ein bisschen schief. So, ja. so steht nun Hordak vor uns. Ja, der Stand ist diesmal ein bisschen spooky, aber es war jetzt bei mir, wenn ich es richtig justieren würde, wird er natürlich gut stehen. Ja, aber da ich gerade das als von hinten so machen musste, ach, das ist wieder so ein Text, äh, ist es natürlich anders. So. Ich gucke mich mal kurz an den Paintjob. Ja, kann ich nichts sagen jetzt sofort. Ich sage, ich zoome nachher mit der Kamera drauf und dann sehe ich am Schnittplatz wieder mal Sachen, die vielleicht nicht so toll waren. Ja, kann man lassen. Ist jetzt nicht dramatisch, ist okay. Der Paintjob ist vollends okay. Wir fangen mal sofort mit dem Kopf an, dem wir uns jetzt mal begutachten. Und da muss man sagen, wie gesagt, die ganze Figur ist Filmation-lastig. Und ihr wisst ja, ich liebe Filmation. Und auch hier diese Figur, deswegen hat er mich vielleicht sehr wahrscheinlich auch sofort eingekauft, ist, weil dieses Blau-Schwarz, geil. Der Kopf hier ist so eine Sache, ja, der zieht so eine, ein bisschen wie Peter Maffay. Hi, ich bin Peter Maffay. Ja, und ich sehe euch jetzt was von Tamaruga. Oder über sieben Brücken müsst ihr gehen. Über sieben Snake Mountain Brücken müsst ihr gehen. Er zieht das ein bisschen so hoch hier. Also, so muss ich ja so hoch. Hat ein bisschen was vom Mundausdruck von Peter Maffay. Aber ansonsten ist die cool. Also da muss ich sagen, Kopf gefällt mir schon sehr gut. Man kann den Kopf sogar innen drin, kann man auch ein wenig bewegen. Hinter seiner Mütze, die auch noch, wie man sie erkennt, hat er ja auch. Kann man den Kopf hin und her bewegen. Man kann natürlich seinen Vor-Schiene, Blickwinkel ihm machen, wo gerade die Action für ihn ist, ja, wo die Gefahr lauert, wo er wieder Unheil anrichten kann. Die Rüstung hier finde ich auch sehr cool. Er ist natürlich mit seinem Wilde-Horde-Logo vorne drauf, ja, die Fledermaus mit seinem Gesicht als Konterfeil, kennen wir ja. Auch hier diese Rüstung, die ist ein bisschen anders, als die man so erkennt. sieht nice aus, mega nice. Die Rüstung kann man auch abnehmen, wenn man möchte, ja. Ich möchte aber gerade nicht. Kann man abnehmen, weil man den Kopf kann man natürlich auch abnehmen. Dann könnte man die Rüstung natürlich auch abnehmen, wenn man sieht. Guck mal hier, dann steht er mit seinem, das Blau ist so schön. Ich mag ja so ein Royal Blau, so heißt das, glaube ich, ein Royal Blau für einen unedlen, ja, Krieger namens Hordak und dann kann man natürlich, guck mal den Kopf, man könnte theoretisch auch nur den Kopf dran machen, dann hat Hordak mal keine Kopfbedeckung und dann sieht man auch, wie sieht er denn von hinten aus? Oh Gott, wie sieht er von hinten aus? Ist ja total kahl. Mein Gott, oh Gott, oh Gott, hätte man gar nicht mitgerechnet. Auch dieser tolle Eokäsenschnitt. Die Frisur geht morgens sehr schnell am Spiegel, wenn Hordak aufsteht, geht er sofort zum Spiegel, machen das die Bösewichte auch. Haben die einen Spiegel, also einen Spiegel, wo sie sagen, ach, machen wir uns heute mal schick. Auch heute machen wir mal Angriff auf Greyskull, ach, machen wir uns heute mal richtig schön schick, legen wir mal ein bisschen Parfum auf und gucken wir mal, was so der He-Man macht, ob der He-Man jetzt ein bisschen von meinem Duft abgeturnt ist oder haben die keinen Spiegel, wo sie sich mal schick machen. Spiegel haben sie natürlich, aber machen sich auch da schick, kämmen die sich und so und auch Evelyn, ach, ja cool, in meiner Kochsatzfrisur mal schön machen. Obwohl, heute schludere ich mal ein bisschen, sieht das sowieso keiner, weil ich mache mir ein Hemmchen drauf. Genug. Naja. Dann gucken wir uns natürlich an, hier auf der, auf der rechten Seite hier natürlich sein wilde Horde-Logo mit seiner Armbinde, sehr toll. Dann kommen wir auf die andere Seite des Armes und da hat er einen Waffenarm mit einem Schlauch. Finde ich sehr, sehr interessant. Ja, mit einer Wumme, ja, die Wumme und mit der Wumme, da kann man natürlich hier dieses Geschoss draufstecken und so schießt der vielleicht radioverseuchtes, radioaktives verseuchtes Material, schießt der denn in die Menge, du, He-Man, nimm das, du, hier, Re-Man, du, Skeletor, du auch, du, verräter, du, 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 kann es sein. Was natürlich denn hier schade ist, Leila hat er keinen Wechselarm mit dabei, weil, wenn man das jetzt hier abnehmen, man kann das natürlich auch hier abnehmen, Moment, nee, kann man nicht abnehmen, man kann nur das hier abnehmen oder das nicht, aber so sieht das ein bisschen doof aus, ohne, hätte man vielleicht einen Wechselarm drauf machen müssen, das hätte man auf alle Fälle tun sollen, aber so sieht aber richtig cool aus, das sieht ja schon mal nice aus. Ich glaube, jeder Hordak-Fan, der jetzt davor sitzt und hat sich bisher vor den Turtles of Greyskull verweigert, ja, er wird hier zuschlagen. Ich muss auch sagen, ich wollte ja mal keine Turtles of Greyskull mehr holen, aber nicht, weil ich nicht überzeugt bin, sondern weil ich keinen Platz habe, aber man sieht, wenn man vorsteht vor einem Regal, wo die ganzen Sachen stehen und wenn so ein cooler Charakter wie Hordak ist, da kauft man einen, ja, der Scheiß auf dem Platz, den habe ich denn jetzt auch nur einmal, weil, ich brauche den schon mal verpackt, der wird schon ausgepackt, der wird dann gleich hingestellt, wenn ich mich jetzt noch eine Verpackung dazu hole, wird der Platz ja noch weniger und das soll es ja gar nicht sein, auf keinen Fall. Dann gehen wir, gucken wir uns runter mal auf seinen Gürtel, ja, einen Gürtel, den man natürlich auch abnehmen kann. Oh, das war aber jetzt rabbi, jetzt habe ich alles runtergerissen. Ich wieder mit meinem Geschossen hier, Moment. Ach so. Man kann den Gürtel auch abnehmen, es fällt hier alles runter aus meinem Tisch. Was hat der Mark hier unterm Tisch alles versteckt? Man weiß es nicht. so, also Kopf, jetzt, dem Horlack jetzt, guck mal hier, ein Zeichen der Verwüstung, ja, Moment, tut mir leid, Horlack, dass ich es gerade so ramponiert habe. Ach mal nebenbei, wir haben ja bald Halloween, bald kommt Halloween, mögt ihr Halloween? Ich liebe Halloween. Wenn man sich schöne Horrorfilme angucken, jetzt ist die Zeit, die ist wieder da, es ist kühler draußen, man kann sich schöne Horrorfilme angucken. Jetzt muss man mal gucken, wo geht das denn? Ach so, selber stand, da liegt der Hase im Pfeffer. Wo soll der Hase sonst liegen als im Pfeffer? Moment. So, ja. Wie gesagt, hier, man kann den Gürtel abnehmen, dann hat man das natürlich so, wie man eigentlich Horlack kennt, nur mit seiner Fellhose bekleidet. So. Und runter, gucken wir uns an mal, seine besagten, man kennt sie schon, seine Stiefelchen, diesmal hier in Silber, gleiche Füße kennen wir auch. Und jetzt kommt was, was mich auch total überzeugt hat, seine Fledermausflügel. Ja, die hat er, man kann sie hinten, wir gucken mal, auch da hat er wieder zwei Stecksysteme, seht ihr das? Da kann man sie natürlich hier einklinken. So, muss man es machen. und dann hat man einen tollen Hordack. Moment. So, Moment, ach, da muss man es machen, ich depp es. Oder muss man es so machen? Ich gucke gerade mal. So ist es doch, ne? so, einmal hier und einmal hier. Moment, Kinder. So, und jetzt schaut euch mal Hordack an, wie geil sieht er denn aus? Also, die Flügel, ich muss mal sagen, das ist ja wohl ein Hingucker, das mag ich. Jetzt kommen bestimmt wieder einige, die sagen, nee, das ist nicht unser Hordack, doch, das ist jetzt mein Hordack. Ja, euer ist es jetzt nicht, weil es ist ja meiner, der hier steht, das geht ja nicht, das ist ja, den kann ich ja nicht mit euch allen drei, vier, fünf Leuten hier teilen auf meinem Kanal. Das geht natürlich nicht, das ist jetzt mein Hordack. Aber so, von der Optik, finde ich ihn sehr, sehr ansprechend, sehr, sehr gut gemacht. Finde ich nice, richtig nice. Der ist wirklich ein Hingucker und das ist so eine Figur, die bereue ich, gar nicht geholt zu haben. Ich fand ja auch damals den Mausjaw sehr gut. Da waren auch viele, sagen, ach nee, der sieht aus wie Calimero, ja, mit Sombrero. Nein, aber den fand ich auch geil und das ist hier auch so ein Charakter, den ich feiere, auf alle Fälle. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Die Turtles of Grayskull-Reihe, egal, ob man sie mag oder nicht, man muss sagen, mittlerweile kommen richtig coole Charaktere raus, die auch wirklich gut gelungen sind. Und ich weiß viele, die finden die Turtles gut, aber die holen jetzt auch Turtles of Grayskull, ja. Die haben zwar nicht viel mit Masters zu tun, aber die sagen sich, ach, die Figuren sehen cool aus. Und außerdem ist das Turtles-Logo drauf. Und dann holen wir die, ja. Ihr dürft mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie findet ihr hier den Turtles of Grayskull-Hordak? Ist das auch so wie ich, ja, so wo er sagt, ja, das ist eine Figur, die passt zu unserer Sammlung, den mögen wir, den holen wir und haben ihn anschließend lieb? Oder sagt er, nee, das ist nicht mein Hordak, den möchten wir nicht, den brauchen wir nicht. Dann kommt der Hordak und macht, mit seinem, hier, mit seinem, mit seinem Geschoss. Das finde ich schon cool. Sehr schön. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, in der Sammlung, wenn man so aufbaut, in einem Diorama, ne. Ach, das sieht gut aus. Ja, damit soll es nun gewesen sein. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns hoffentlich wieder sehr bald zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, dann bleibt auf alle Fälle weiterhin sammelwütig. Tschüss.